Meine Damen und Herren, deutsche Musik aus eigener Feder, das gibt es in Greves Mühlen mal gefühlvoll und mal rockig, aber auch immer authentisch. Und authentisch sein, das ist Ihnen wichtig, den vier Musikern von Gleis 4. Das sind Mike Reschke, Andreas Voss, Marco Retzlaff und Daniel Wiesjan. Die haben sich hinter mir schon aufgebaut. Und ein Vögelchen hat mir doch in die Tasche gelegt, ein Tipp für Weihnachten. Es gibt die erste richtige große CD von Gleis 4, die kann man vielleicht als Weihnachtsgeschenk empfehlen. Wir werden sehen. Überzeugen Sie sich davon, dass das gute Musik ist, die wir jetzt hier erleben. Also Gleis 4 live im Konzert und wir sehen uns kurz vor 21 Uhr hier wieder. Gleis 4 live im Konzert und wir sehen uns kurz vor 21 Uhr hier wieder. Gleis 4 live im Konzert und wir sehen uns kurz vor 21 Uhr hier wieder. Gleis 4 live im Konzert und wir sehen uns kurz vor 21 Uhr hier wieder.